hallo siehst du bei ich bin hier am townsquare vom dissonant dissonant paris im dissonant park und ich möchte euch einmal zeigen eine kollektion zeigen hier die neues aktuell die pride kollektion die gibt es hier am outdoor stand und da werden wir mal eben direkt schauen was wir alles so schönes finden und zwar haben wir einen rucksack oder das heißt so ein kleiner mitnehmensack kostet 12,99 dann haben wir einen schlüsselanhänger ein schlüsselband das kostet was dran steht irgendwo ist ein preis 9,99 euro dann haben wir hier die passenden tassen dazu 11 euro genau miki maus für 29,99 so wir gehen mal weiter rum dann haben wir hier einen magneten 7,99 an schlüsselanhänger für 5,99 euro hier nochmal der rucksack und hier ein handtuch für 29,99 miki maus und dann haben wir hier ein paar badges 3,99 euro so ok dann ist auch die andere seite kommt hier nicht durch dann gehen wir einmal rum wieder einmal zurück dann werden wir noch was finden also hier ist nochmal der schlüsselanhänger für 5,99 euro jetzt schon mit dem handtuch und die tasten nochmal ok ich habe noch was zu finden oh ja thank you so wir haben noch schöne films dabei und dann haben wir noch mal das schloss und einmal noch mal die ohren also wunderbar dieses sortiment hier also hier draußen ist am outdoor stand hier am town square flasack bekommt ihr alles in einigen shops auch noch drinnen und ja das wo wir euch gezeigt haben aktuell hier im dissonentwieser bericht das war im dissonentwieser bericht das war hier von draußen aus der kälte nein aus der wärme im dissonentpark tschüss bis zum nächsten mal aus der wärme im dissonentpark tschüss bis zum nächsten mal und